Mit voller Kraft rücken hunderte Passagiere den Zug zur Seite. Es ist eine Rettungsaktion. Diese unglaubliche Szene hat eine Überwachungskamera am Mittwochmorgen aufgezeichnet, an der Stirling Station im australischen Perth. Zehn Minuten zuvor war die Bahn pünktlich und problemlos eingefahren. Doch dann passierte beim Einstieg, wovor immer gewarnt wird. Ein Passagier rutscht mit dem rechten Bein in die Lücke zwischen Bahnsteig und Waggon. Er klemmt fest. Die Sicherheitskräfte eilen sofort herbei, doch auch sie können den Mann nicht wieder herausziehen. Es hätte eine komplizierte Rettungsaktion folgen können, mit Feuerwehr und Hebekran. Aber der Mann hat Glück, dass Rushhour ist und der Bahnhof voller ungeduldiger Pendler. Sie zögern nicht lange und stemmen sich gegen den tonnenschweren Zug, um den Mann zu befreien. Er bleibt unverletzt und steigt wenig später laut Transportgesellschaft in eine andere Bahn. Sicher mit sehr großen Schritten. Er bleibt unverletzt und steigt wenig später laut Theo. Wie ist das? Wie ist das? Ich bin jetzt sicher zuerst und steigt wenig später laut, wo auch eine Probe, Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020